So, und weiter geht's nach da oben. Komm, komm. Komm, komm. ja 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 Moment, den knall ich voll einem in den Bogen ein. Boah, ist der stark. Der gefällt mir, der Bogen. Wow, das war sie. Okay, das geht nicht. Nein. Flieg, flieg, flieg. Warum ist der jetzt so langsam, ey? Oh Gott, ich nicht. Ist klar. Hm, hm. Ah, okay, ich verstehe. Nein. Ich müsste es mal so. Dir knall ich auch eine. Bah, nein, du bist nur ein Assi. So macht das ganze Spiel ja keinen Spaß mehr, wenn man denen keine klatschen kann mit dem Bogen. Das ist, wenn man springt, bevor man überlegt. Oh, da unten ist ein Herzteil. Wolltest du so machen? Ah. Was hat... Schopf fürs Leben, ey. Wenn jetzt der Mittelboss kommt, ey, dann bin ich ja sowas von tot. Wau. Wau. Dann... Es geht nicht raus, ey. Ah. Okay. Wau. Okay, das funktioniert schon mal nicht. So, vielleicht... Ja, genau rein. Immer rein. Ja, ich hab noch genug Bomben, Mann. Wieso ist das nicht, ne? Hm. Ich frage mich gerade, ob das überhaupt was bringt. Ja, irgendwas. Hm. Okay, damit hätte ich den natürlich auch nicht schmecken können. Hm, hm. Hm, hm, hm. Hm, hm. Hm, hm. Hm, hm. Hm, hm. Hm, hm. Es kommt davon, wenn man, äh... Wenn man schwär draufhaut. Ja, ja, ja. Da, ja. Herz. Zack. Hm. Boah. Es geht nur auf einmal ab Danke Wow Moment, dafür tötet ich die für die scheiß Aktion Nein Das war das Zerstörer-Grüne-Pragmen Oh, Schlüssel Ja Okay, dafür fange ich dich ein Für die scheiß Aktion Was gesagt, ich fand dich dafür ein Was? Das war es schon? Hm Gibt es hier keinen Mittelboss? Okay, dann speichern wir hier nochmal In dem scheiß Ding da Mein Gott, wir müssen doch jetzt schon auf die Eier Danke sehr Danke sehr Danke sehr Und dann diese Huren so in Bewegung Da krieg ich ja schon Anfälle Ah Er hat voll ausgeholt So einen Schlag hätte ich auch gerne Über die ganze Map Über die ganze Ruhe verteilt So einen Schlag Na komm, schick dich ums Ding Das war's für heute.